Hören Sie bitte eine sehr bekannte Stimme, die Ihnen vielleicht oder sicherlich aus dem Radio, vor allen Dingen aus dem Fernsehen, ja, als Radio, als Kommentator der politischen Ereignisse sehr bekannt ist. Hören Sie zuerst die Stimme von Hans-Joachim Friedrichs. Es ist Zeit, Alarm zu schlagen. An jedem Tag wächst die Zahl der Menschen auf unserem Planeten um 300.000, in jeder Woche um über 2 Millionen. In jedem Monat kommen mehr Menschen neu auf diese Welt, als in New York zu Hause sind. Aber wir wollen das nicht wissen. Noch ist es nicht unser Problem. Wenn wir es merken, wird es zu spät sein. Wo die Menschen am ärmsten sind, vermehren sie sich am schnellsten. Es ist schon jetzt zu wenig Platz auf dieser Erde und es wird immer weniger Platz sein. Nicht Kriege, Seuchen und Naturkatastrophen, es sind die Menschen selbst, die ihren Lebensraum vernichten. Wer die Umwelt schützen will, der muss die Welt bewahren. 5 Milliarden sind genug. 6 Milliarden sind genug. Hurra, die fünfte Milliarde ist toll Und die Bild-Zeitung jubelt, ist das nicht toll Neuer Geburten, Weltrekord Lieb deine Nächsten und pflanze dich fort Jetzt wird im Hunger der Welt vorgebeugt Jetzt wird die nächste Milliarde gezeugt Und da hat einer'n gütige Ende Und ein gutes, kluges Gesicht Aber denkt er, dass dies reizt zu Ende Wenn er vom Jenseits spricht Kondom, Tabu und Pille verpönt Und aus berufenem Munde ertönt Geht hin und verbetet euch Im Nu ist die sechste Milliarde erreicht Aller Anfang ist schwer, alles Ende ist leicht Jetzt wird die Erde mit Menschen besatzt Bis sie aus sämtlichen Nähten platzt Die Mächtigen tun, als gäb's keine Gefahr Als wäre der Globus aufblasbar Und die Welt hat so herrliche Kinder Viele Nagen haben Hungertuch Trotzdem freuen sich die armen Sünder Auf den nächsten hohen Besuch Noch ist die Show nicht aus und vorbei Noch sind genügend Stehplätze frei Noch sind genügend Stehplätze frei Geht hin und vermehret euch Die Mächtigen tun, als gäb's keine Gefahr Die Mächtigen tun, als gäb's keine Gefahr Die Mächtigen tun, als gäb's keine Gefahr Die Mächtigen tun, als fyör irrespons Musik 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 Die zehnte Milliarde ist vorprogrammiert, so schnell ist die Menschheit noch nie explodiert, werft ja keinen Blick in die Zukunft zurück, nach uns die Sintflut, vor uns das Glück, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, hat da nicht der Teufel die Hände im Spiel. Musik Musik Und er hat ja so viele Gesichter, schöne Masken der Niedertracht und der Schöpfer wird zum Vernichter. Musik 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 Applaus